Nachdem ich vor zwei Wochen eine Kaufberatung zu einem 500 Euro Gaming PC veröffentlicht habe, möchte ich in diesem Video das Budget verdoppeln und somit einen sehr beliebten Preisbereich abdecken. Für 1000 Euro bekommt man schon echt ein System mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, einer hohen Zukunftssicherheit und vor allem Gaming Power. Lasst uns also sofort beginnen mit dieser Kaufberatung und der ersten Komponente der CPU. Viel Spaß! Hierbei habe ich mich für die AMD-Offensive in Form eines AMD Ryzen 5 2600 entschieden. Für gerade einmal 160 Euro hat dieser Prozessor so einiges auf dem Kasten. Er verfügt über sechs Kerne bzw. zwölf Threads, die jeweils mit einem Standard-Takt von 3,4 GHz und einem Turbo-Takt von 3,9 GHz-Takten. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um einen Pine-Nickel-Ridge-Prozessor, der mit dem klassischen AM4-Sockel kompatibel ist. Der L3-Cache in Höhe von 16 MB geht vollkommen klar und über die angegebene TDP von 65 Watt kann man sich nun wirklich nicht beklagen. Zwar kommt er ohne eine integrierte Grafikeinheit daher, wird dafür aber mit einem Boxkühler geliefert, der leistungsmäßig absolut ausreicht. Dieser Prozessor sowie alle weiteren in diesem Video erwähnten Komponenten findet ihr übrigens in der Videobeschreibung mit einem Amazon-Partner-Link verlinkt. Setzen wir diese Kaufberatung fort mit der nächsten Komponente, die vor allem fürs Zocken besonders wichtig ist, die Grafikkarte. Hierbei kommt die MSI GeForce GTX 1070 Armor OC zum Einsatz. Das ist eine von vielen empfehlenswerten Grafikkarten-Modellen, sie ist mittlerweile für unter 400 Euro zu haben und bietet einen sehenswerten GPU-Takt von 1556 bzw. 1746 MHz. Des Weiteren bietet sie einen zukunftssicheren 8 GB großen Video-Ram und eine 150 Watt hohe TDP. Die verfügbaren Grafikausgänge belaufen sich auf einen DVI-D-Port sowie ein HDMI- und drei Displayportausgänge. Die Anzahl der Anschlüsse sollte für die meisten Anwender vollkommen ausreichend sein. Als nächstes widmen wir uns dem RAM bzw. Arbeitsspeicher. Für um die 130 Euro verbauen wir in das System 2x8 GB DDR4 G-Skiller EGIS Arbeitsspeicher. Für seine Leistungsdaten handelt es sich hierbei um einen durchaus preiswerten Arbeitsspeicher. Mit einer maximalen Taktfrequenz von 3000 MHz und einer CL16 Latenz kann er sich wirklich sehen lassen. Beim Mainboard setze ich auf einen absolut bewährten Klassiker aus dem Hause MSI, nämlich auf das MSI Gaming Pro Carbon mit B450er Chipsatz. Es sieht meiner Meinung nach nicht nur schick aus dank seiner RGB-Beleuchtung, sondern bietet auch für rund 130 Euro so ziemlich alle Anschlüsse, die man heute so braucht. Die insgesamt vier DDR4 RAM-Bänke unterstützen Arbeitsspeicher mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3466 MHz. Für Grafikarten stehen uns ein PCI-Express 3.0x16 Anschluss und ein PCI-Express 2.0x16 Anschluss zur Verfügung. Ihr könnt bis zu zwei M.2 SSDs verbauen und habt außerdem sechs SATA 6 GB Anschlüsse für Festplatten mit am Start. Auf der Rückseite punktet das Modell mit zwei USB 2.0, zwei USB 3.0, einem USB 3.1 und einem USB Typ C Anschluss. Zudem finden wir dort die üblichen 5 Plus 1 Audio Ausgänge sowie einen PS2 und einen LAN-Port vor. Bei der ersten Speichereinheit fiel meine Wahl auf die Samsung 960 EVO M2 SSD mit einer Speicherkapazität in Höhe von 250 GB und einem Preis von gut 80 Euro. Hier drauf findet das Betriebssystem sowie einige wichtige Programme genügend Platz. Wer möchte, kann selbstverständlich auch auf eine günstigere SATA SSD zurückgreifen, je nachdem was euch lieber ist. Als Massenspeicher kommt eine altbewährte Hard Disk Drive zum Einsatz. Konkret habe ich mich für die 40 Euro teure Western Digital Blue HDD entschieden. Dabei handelt es sich um eine sehr schnelle und durchaus auch zuverlässige Festplatte auf dem Markt. Eine 1 TB große Speicherkapazität, eine Drehzahl von bis zu 7200 Umdrehungen pro Minute und ein 64 MB großer Cache-Speicher zeichnet dieses HDD-Modell aus. Eine häufig unterschätzte Komponente ist das Netzteil. Hier wird des Öfteren am falschen Ende gespart, weshalb ich mich für ein hochwertiges BeQuiet-Netzteil entschieden habe, um genauer zu sein für das Pure Power 10 mit 500 Watt Leistung. Es kostet knapp unter 60 Euro, ist für etwas mehr Geld auch in einer modularen Variante verfügbar und wurde mit einer 80 Plus Silber Zertifizierung ausgezeichnet. Neben einem guten 120 mm großen Lüfter bietet dieses Netzteil so ziemlich alle wichtigen Features an, die heutzutage von Vorteil sind. Darunter zählt Multi-Rail, DC-DC-Technik sowie alle gängigen Sicherheitsmechanismen. Neben der 20-24-poligen Mainboard-Stromversorgung bietet es für den Prozessor eine 4-plus-4-polige 12-Volt-Schnittstelle, zwei PCI-Express-6-plus-2-polige Stromversorgungen und sechs SATA-Stromversorgungen sollten in der Regel genügen. Zudem kommt es noch mit 3 Molex und einem 3,5 Zoll Stromanschluss daher. Nun fehlt nur noch das Gehäuse, da kommt es auch immer ein bisschen auf den persönlichen Geschmack an. Ich empfehle beispielsweise die Cooler Master Masterbox MB600L mit Sichtfenster für ca. 45 Euro. Es wird mit einem 120 mm vorinstalliertem Lüfter geliefert und kann um bis zu 5 Lüfter erweitert werden. Das Case unterstützt CPU-Kühler mit einer Höhe von maximal 160 mm sowie Grafikkarten, die nicht länger als 400 mm sind. Die Master belaufen sich auf 464 mm Länge, 212 mm Breite und 454 mm Höhe. Das war nun meine Empfehlung eines 1.000 Euro Gaming-PCs für Sommer 2018. Wie bereits erwähnt sind alle Komponenten nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt, schaut da gerne mal rein. Nun ist eure Meinung gefragt, was haltet ihr von dieser Zusammenstellung und was hättet ihr eventuell anders gemacht? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Vergesst außerdem nicht diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und meinen Kanal kostenlos zu abonnieren, um zukünftig kein weiteres Video mehr zu verpassen. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video, bis dahin, ciao, ciao.